Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt Der Mann, der unbesiegbar ist Teil 3 der Action-Trilogie Tien wurde ins Unglück geboren. Ein schlechter Einfluss der Planeten. Wir müssen die Kraft unseres Geistes vereinen und ein Symbol der Hoffnung erschaffen. Ich werde alles versuchen. Vielleicht kann ich sein Los mildern. Sein Weg ist vorgezeichnet. Du hast mir einen großen Dienst erwiesen. Ich erfülle dir jeden Wunsch. Du musst ihn nur äußern. Ich habe keine Wünsche und ich begehre auch nichts. Ich spüre den Groll und die Missgunst, die du hegst. Du willst dich unbedingt an mir rächen, nicht wahr? Du bist der Auserwählte. Du wirst die Dummheit in der Welt besiegen. Denkst du, du kannst mich aufhalten? Ong Bak lässt die Welt wieder erzittern. Du kannst mich nicht aufhalten! Trai, du kannst dir zu lösen. Trai! 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 Trai, du kannst dich 우�aken! Trai! Trai, du kannst dich đi! Trai! Aung! Aung! Aung!